Unangenehm, unangenehm Was? Jetzt ist es wieder so versaut gleich Das sind jetzt TikToks, die ihr mir geschickt habt Das heißt, alles was wir jetzt hier sehen, bin ich nicht schuld So Ich denke daran, wie ich ein Voice Crack hatte Vor tausenden Menschen Bin gespannt auf den Voice Crack Alter, RIP, Junge, RIP Meine Güte Das war heavy Okay, das muss ich tief schicken Ey, ist das jetzt meine Community, die einfach solche TikToks guckt und mir schickt Alter Als ich dachte, dass der Kellner mir eine Umarmung geben wollte zu meinem Geburtstag Aber er wollte nur die Kerze nehmen Unangenehm, unangenehm Alter, F, F Ganz klarer Fall von F in den Chat Doch bei den Teams Ey, das, nee, wieso steht das da schon so Ich habe meine Frau als Baby gewickelt Wenn das schon die Überschrift ist Das ist noch etwas ganz anderes, was wirklich außergewöhnlich ist Er ist nicht nur ihr Ehemann und der Vater ihrer Drillinge Er ist auch ihr Onkel Weil er Raus Keine Sorge, ich komme gleich im Video wieder rein Aber in der Zwischenzeit könnt ihr auch ein Abo dalassen Das wäre doch mal was Ja, lass uns einfach so tun, als hätten wir das nicht gesehen Okay, sie macht nicht den Bugs Bunny Trend Sie macht den Shrek Trend Bunny Trend I'm just trying to make it Shrek up in his Beach What are you doing in my swamp, Fiona? Doch, das ist funny Strong, sehr, sehr strong Das war ein stronger Move Und statt dafür liebe ich TikTok so sehr Irgendein Dude sitzt da einfach so Hat eine funny Idee Setzt die um Und es finden einfach 600.000 Leute geil I'm not What are you doing? I'm playing Candy Crush You're feeling comfortable I'm pretty comfortable Oh my god Girl, I don't play Candy Crush What am I, 12? Und er, er trash talkt noch so Er trash talkt noch so Du dachtest, ich spiel Candy Crush Bin ich 12? What are you gonna do with that? Being kind is cool Das ging ja voll in die Fresse Aber krass, dass das so funktioniert Ich will das jetzt auch ausprobieren Ich weiß noch nicht mit wem Aber ich glaube, irgendwer kriegt bei mir Sahne in die Fresse Wie cool ist das denn? Das ist fake Das ist einfach fake Ich hasse das so sehr Spiel doch entweder richtig Gitarre oder lass es sein Das ist safe fake Natürlich ist das fake Das macht gar keinen Sinn Du siehst, dass er teilweise hier auf der tiefsten Seite seinen Finger hält Aber er spielt ja hier Nicht mal die tiefste Seite Es ist komplett fake Es ist hundertprozentig fake, Alter Ich denke mir irgendwie so Ey, wenn du schon Gitarre spielst Dann spiel doch richtig Dann spiel das, was du kannst Aber sich einen Sound zu nehmen von wem anders Und das dann so rüber zu bringen Als würde man es selber spielen Was ist denn Was der Wert denn daran? Ich verstehe es nicht Das ist jetzt wieder so ein Ding Jetzt ist es wieder so versaut So we'd start with Hello World And either Python or Java Depending on if you like it rough And then slowly ease into the basic data structures But if your stamina permitted Maybe we can sneak in some Fibonacci sequences Aber wenn du es schaffst Wenn du die Kraft hast Können wir ein paar Fibonacci zahlen machen Sag uns, dass ihr beste Freunde seid Ohne uns zu sagen, dass ihr beste Freunde seid Ja, okay Ja, gut Wenn ihr beste Freunde seid Wenn ihr beste Freunde seid Chillig Was? 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 Jemand hat, ganz kurz Nudeln in die Spülmaschine getan Und dann Sahne drauf getan Alter Puh Er Babe, ich will nicht, dass du dir Pornos anschaust Aber wieso? Du sollst einfach keine anderen Männer nackt sehen Oha Er denkt, dass ich mir andere Männer anschaue Mein Tauberfreund und ich Bei einem Eminem Konzert Tauberfreund geht ab Alter, Eminem ist doch so krass, Leute Eminem ist so krass So un-fucking-endlich krass Immer wieder Schuldgefühle Wenn man im Dunklen an Frauen vorbeiläuft Wie gibt man das Signal Dass man nichts tun will Das hab ich gesehen Das fand ich funny Sag euch mal, was ich mache, wenn ich nachts rumlaufe Weil ich hab meistens auch einen Hut drauf Und so eine richtig fette Winterjacke Und dann seh ich halt aus wie ein Rapist Und dann, wenn ich halt so normal laufe Und ich seh'n Girl Und ich spür so Bro, die hat Angst, dass ich jetzt gleich auf die losgehe Weil Männer sind fucking eklig Dann tue ich ganz leicht Einfach so ein bisschen meine Hüfte mehr schwingen Und den machen And the bitch knows Und sie weiß, dass ich kein Creep bin, der sie Ding Rapen will Einfach so Und sie weiß, dass ich ein Typ bin, der sie nicht Ding Rapen will Einfach die Art Ist schon funny Aus Versehen meine AirPods disconnecten Strong, strong I would never let a man spin my mouth I don't know why y'all keep saying Oh, spin my mouth, spin my mouth Das ist wieder das Ey Das Ding ist Ich bin nicht hier, um zu kink schämen Macht, was ihr wollt Wegen Rezo entwickle ich gerade einen neuen Kink Oh, 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 oh Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein Wir sind jetzt alle gay Ey, Leute, hört doch mal auf Und es ist 17 Uhr, ich muss los Lol Ohne Scheiß, lass das doch häufiger machen Das können wir doch zweimal die Woche machen oder so Das war jetzt alle coole TikToks so Hab ich doch Bock drauf Hab ich doch Bock drauf Biggeraaaa on us... hui die hat